Die Nominale hat er sich zuvor geholt, weil der Olympiater Sieger ist, und zweifachen Weltmeister. Javi, der hat ihn immer früh ins Feuer geworfen. So, das war einmal. Jetzt deckt er den Körper gut ab, aber das ist ja die Chance, das war ein Knackes. Das ist ein sehr guter linker Houten. Gut, die rechte. Wunderbar. Gut, die rechte nochmal. Harte Treffer, das war ein Problem mit der Galindo. Und der Houten sitzt da. Und dann muss man runter auf die Knie. Und jetzt fliegen die Fäuste. Rechte zum Kopf, hat er aber gut weggesteckt, Galindo. Was er bislang zeigt hier schon, klasse. Zwei Hälfte auf der Deckung. Sehr gut. Und die Antwort, wunderbar. Wie der Aufentfangen kommt, klasse heute. Deckung nach wie vor dicht. Ganz schön gelöst. Du solltest jetzt ganz ruhig runter boxen, kein Risiko hingehen. Jawoll, noch mal die Rechte. Nicht Atem! Harutunian! Angriff nehmen. Schön, die Deckung oben behalten. Jawoll. Ja, und jetzt mal richtig Stimmung hier. Interhalter! Atem, Atem, Anfeuerungsrufe, hat ja viele Fans hier in Hamburg. Ja, da muss er sich strecken. Der Atem Harozini an. Ja, da war die rechte. Wichter über die Stirn des Spaniers. Da wieder ganz kurz abgezogen der rechte Haar. Die Bühne, die Bühne, die Bühne! Ja! Kurz abgehoben mit der linke Box. Und läuft dann ins Eben. Na, na. Ja, na. Ja, na. didnt weh? Na, na. Na. Da, na, na. Adund! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.